Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 31. August 2018. Ihr hört heute die Geek Talk Daily 426. Und wer sich jetzt wundert, weshalb ich von gestern auf heute eine Nummer übersprungen habe, das lag daran, dass ich gestern die falsche Nummer verbaut habe. Bitte und besten Dank vielmals für die zahlreichen Einsendungen zu diesem Fehler meinerseits. Entschuldigt vielmals. Es war früh am Morgen. Vier Uhr ist einfach noch tief in der Nacht. Aber ja, Internet, Surfboard, Fritz App, Windows Defender und drei Terabyte. Das sind die News, die ich heute für euch mitgebracht habe. Ich beginne mit eben diesem Internet. Da gab es jetzt eine Statistik oder eine Erhebung von The Guardian. Die haben weltweit das Internet zusammengefasst und besser gesagt die Geschwindigkeit pro durchschnittlichen Einwohner eines jeweiligen Landes, wo da die durchschnittliche Geschwindigkeit, also der Speed vom Download lag. Gewonnen hat Singapur mit 60,39, Schweden 46, Dänemark 43 und so weiter geht es dann runter. Bis und mit Platz 11 zum Beispiel bekannt unter unseren Hörern. Vielleicht die Schweiz ist da mit dabei. Österreich habe ich jetzt auf die Schnellen nicht gefunden. Wir sind doch bei 17,51, also auf Platz 38 und ja, wie soll ich sagen, Deutschland, Germany, Zero Points. Nee, nicht ganz. Entschuldigt. Platz 25, mit 24, das ist auch nicht ganz so schlecht. Also im Durchschnitt geht es den Deutschen doch nicht ganz so schlecht, wie wir immer wieder mal sagen. Das heisst, für die Deutschen sind das für einen durchschnittlichen HD-Film runterladen, der so um die 5 GB wiegt, braucht man 28 Minuten. Die Österreicher brauchen da nicht ganz so lange und wenn man dann runter geht zu den Schweizer, die brauchen 22 Minuten für das. In Singapur braucht man für einen durchschnittlichen HD-Film einzig und allein 11 Minuten zum Runterladen. Da hatte ich bis jetzt Glück. Jeweils ging es bei mir deutlich schneller. Gehen wir weiter zum nächsten Thema und das ist ein Surfboard. Nicht ein normales Surfboard, wahrscheinlich ein, das, wenn man es so von den Modellen, die es auf dem Markt gibt, anschaut, dasjenige, was am wenigsten auch zum Surfen genutzt wird schlussendlich, könnte ich mal mir vermuten, ist 1.500 oder besser gesagt 1.500 Dollar teures oder günstiges Tesla-Surfboard. Nach dem Messerwerfer, nach dem Flammenwerfer hat Elon Musk nämlich jetzt eine weitere Merchandising-Geschichte rausgehauen und das ist eben ein rot-schwarzes Tesla-Surfboard, Surfbrett, mein Gott. Es schaut schon sehr schick aus, gibt es insgesamt in 200 Versionen, also in 200 Stückzahl, sehr, sehr limitiert. Und wie gesagt, 1.500 macht zusammen etwa 300.000 US-Dollar, nicht wenig für so eine Geschichte. Und ja, wie soll es anders sein? Das Ding ist natürlich schon längstens ausverkauft. Wer also gedacht hat, er könnte da noch was ergattern, sollte sich mal auf Ebay und ähnlichen Plattformen umschauen. Ich könnte mir vorstellen, dass da das eine oder andere auch erscheinen wird in näherer Zukunft. Fritzbox, die haben ja diverse Apps im App Store. Gut, falsch gesagt, im App Store für Apple sind es nicht ganz so viele, aber auf dem Android-Plattform gibt es dann da schon deutlich mehr. Und schon seit langem gibt es da im Play Store eine coole App, mit der ihr die Qualität von eurem WLAN ausmessen und bemessen und die Geschwindigkeiten etc. ermitteln könnt, auch wo das Netz am besten ist, wo ihr noch ein bisschen nachbessern könntet oder sogar einen Repeater einbauen etc. Die App gab es eben, wie gesagt, lange nicht für Android, weil Apple die Grundfunktion nicht zur Verfügung gestellt hat. Seit letzter iOS-Version im Herbst letzten Jahres hat sich das Ganze geöffnet. Und jetzt gibt es endlich die sehr beliebte App auch für iOS. Wer also ein Fritz-Device zu Hause sein eigen nennt, der sollte sich die App mal runterladen und einfach mal so seine Wohnung, sein Büro oder was auch immer ausmessen, denn da kommt doch ein bisschen was zu Tage. Wir gehen weiter mit Windows-Virenprogramme. Ja, das ist so ein Ding, was man nur bei Windows braucht und auch bei Android logischerweise nicht unsinnvoll ist einzusetzen. Und da gab es in den letzten oder in vielen, vielen Jahren so ein paar Kämpfe rund um, wer war da? Mac F. V. und wie sind die anderen? Ich mag mich gar nicht mehr erinnern. Kaspersky, genau, und Avira etc., die haben sich immer in der Top 10 oder in der Top 3 getümmelt und die Windows-Geschichten waren nie wirklich weit mit vorne. Und seit Windows 8 respektive Windows 10 hat da ja Microsoft definitiv aufgeholt und mit dem Windows Defender eine Lösung in den Raum geschickt, der es mir zumindest so weit zulässt, dass ich keinen anderen Virenschutz installiert habe auf meinen Geräten, die Windows beinhalten, weil ich einfach bis jetzt nie schlecht damit gelaufen bin und nie irgendwas eingefangen hätte. Und dazu gibt es jetzt auch eine Statistik, eine Erhebung im Privat, wie sagen wir, für Privatanwender wie auch für Unternehmen wurde von AV-Test das Ganze deutlich auseinandergenommen oder sehr auseinandergenommen angeschaut, welche wirken sich auf die Geschwindigkeit des Rechners ein, welche sind benutzerfreundlich, welche sind gut in Wirkung des Schutzes, also eures Computers logischerweise. Und da und ganz weit mit vorne ist unter anderem auch der Windows Defender, der ja kostenlos bei Windows 10 mit dabei ist. Somit, wer mit Windows unterwegs ist, lasst es uns noch ein bisschen über die Kommentare, oder auch über Social Media. Nutzt ihr noch einen alternativen Virenscanner? Wenn ja, was? Würde mich sehr wundern nehmen. Zu guter Letzt kommen wir zum Cloud oder in die Cloud zu Dropbox. Eine gute Neuigkeit ist, es gibt Anpassungen am Volumen, die ihr in der Cloud habt. Das Schöne oder das Gute daran ist, die Dropbox wird nicht teurer. Neu gibt es nämlich ein Angebot, das insgesamt drei Terabyte Speicher beinhaltet. Und ja, diejenigen, die normale Standard-Abos bei Dropbox haben, deren Modell wird einfach angepasst. Das heisst, der Preis wird nicht angehoben, aber das Volumen. Das sind ja schon mal schöne neue Möglichkeiten. Und somit hoffe ich doch mal ganz stark, dass da der eine oder andere auch mitziehen wird. So, OneDrive, gut, die geben ja schon sehr viel für wenig Geld. Aber sicherlich auch Apple mit den kostenlosen, was geben die 5 Terabyte raus? Ja, könnte man ein bisschen mehr. Dennoch aber muss Apple sagen, das 2 Terabyte Angebot, was sie haben, ist preis-leistungsmässig auch nicht zu verachten. Also somit geht damit das Ganze wieder eine Runde weiter. Und wir dürfen gespannt sein, welcher Anbieter als nächstes hier in der Daily auftauchen wird, mit einem Ausbau vom Speicher, der inkludiert ist. Gut, das waren es jetzt, die News, die ich für euch mitgebracht habe. Ich hoffe, ihr habt wieder was rausziehen können. Ich freue mich über Rückmeldungen von eurer Seite. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich einen guten Start in den Tag des letzten Tages in diesem Monat. Morgen fängt ja schon der 1. August oder der August an und somit auch der Schweizer Nationalfeiertag. Ziemlich sicher wird es dann auch eine Folge geben. Lasst euch überraschen. Ansonsten euch, wie gesagt, einen erfolgreichen Tag. Bis dann, euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.